Zeugin Erna Mulca, Deutschland, 69 Jahre, 103. Verhandlungstag, 22.10.1964 Haben Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen, zum Zwecke der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ach, ich glaube, ich behalte es so. Sie wollen nicht. Nein, wir müssen es machen. Ach so. Aber das geht denn alles durch die Presse? Nein, nein, das ist nur für das Gericht. Das wird überhaupt niemandem ausgehändigt. Ja, bitte, dann nehmen Sie es auf. Ja. Also, Frau Mulca, Sie wollten eben womit beginnen? Ende Mai. Ich kann nicht ganz genau die Daten beschreiben. Ja. Aber ich nehme an, es war an meinem Geburtstag, am 26. Mai. Da bin ich in Auschwitz zum ersten Mal gewesen. Welchen Jahres? Das war 1942. 1942 im Mai. Ende Mai, sagten Sie. Ende Mai. Wann ist Ihr Geburtstag? Am 26. Mai. Am 26. Mai. Und an dem Tag waren Sie dort? Bin ich dort gewesen. Ja. Und mein Mann kam mir entgegengefahren bis Katowice. Und ich bin wohl mit dem Zug gekommen, bin, glaube ich, in Berlin umgestiegen. So ganz gegenwärtig ist es mir alles nicht mehr. Aber ich weiß nur, ich bin da in diesen polnischen Zug gestiegen. Es war alles sehr schmutzig. Und mein Mann setzte sich ganz dicht an mich heran, also hat er mich wohl in Katowice empfangen und hat zu mir gesagt, Mami, wenn ich da nur wieder fort könnte, da werden Menschen umgebracht. Da werden Menschen umgebracht? Ja. Ich kann dir und darf dir nicht Näheres sagen. Und wenn du ein Wort darüber sprechen würdest, dann kostet es meinen Kopf. Und ich habe darüber geschwiegen. Ich habe weder mit meiner Mutter noch mit meiner Schwester noch mit meinen Kindern darüber gesprochen. Ich habe es alles für mich behalten. Hat er Ihnen auch sonstige Einzelheiten noch geschült? Einzelheiten weiter nicht. Nur er fühlte sich da wahnsinnig unglücklich. Und Mami, das ist alles nicht so, wie ich es sonst gewohnt war oder wie es vielleicht bei der Wehrmacht gewesen ist. Aber jedenfalls, es ist furchtbar, hier kann ich es nicht aushalten. Und dann bin ich das zweite Mal wieder da gewesen. Und dann ist es in den großen Sommerferien gewesen mit meinem Sohn Rolf zusammen. In welchem Jahr? Ja, das war im gleichen Jahre. Auch 1942. Auch 1942. Ja. Nun hat er Ihnen denn irgendwelche Dinge erzählt, was da sich abgespielt hat und warum er so erschüttert ist und warum er das nicht will und was er ablehnt? Einzelheiten hat er nicht darüber gesprochen. Hat er nicht gesprochen. Nur immer wieder. Ich halte es hier nicht mehr aus. Mami, ich möchte fort. Haben Sie ihm nicht vielleicht einmal geraten? Dann melde dich doch fort. Ja, nein, insofern wohl nicht. Er war ja sehr krank. Er hatte ein schweres Magenleiden, zwölf Fingerdarmgeschwüre und sehr viele Koliken. Ja. Und an die Front sich melden, ja, da habe ich wohl auch nicht zu raten mögen. Denn vielleicht habe ich auch an meine Familie dabei gedacht, jedenfalls. Ja. Ich habe gehört, auch wenn andere sich vielleicht an die Front gemeldet haben, dass sie dann gleich erschossen worden sind. Das haben Sie gehört? Nein. Das haben Sie gehört? Das haben wir uns noch nicht gehört haben. Richtig. Ja. Das habe ich aber später erfahren. Ja. Das haben Sie später erfahren. Ja. Ja. Nun, können Sie uns sonst noch sagen, wie er denn mit, wie er denn gedacht hat über diese ganzen Dinge des Zwangs und dieser Art, wie man eben doch bei der SS auch mit den eichen Leuten umgegangen ist? Oh, ich glaube, da bestand bestimmt eine gute Kameradschaft. Denn er war von eh und je her sehr, sehr entgegenkommt und zu jedem gut freund. Er hat jedem gern geholfen. Herr Riesenwald, Dr. Müller. Und wie viele Besuche haben Sie insgesamt? Frau Müller, wie viele Besuche haben Sie insgesamt? Wann war der letzte Besuch? Der letzte Besuch war im, also ganz Ende Februar oder Anfang März. 1900? 43. Ja. Und dann, nachdem ich wieder nach Hamburg zurückgekehrt bin, acht Tage wohl später, vielleicht sogar etwas eher sechs, sieben Tage später, ganz genau weiß ich nicht mehr die Zeit, da kriegte ich schon eine Karte aus dem Gefängnis, irgendwie bei Berlin, dass sie ihn verhaftet hatten. Da hatte der eigene Kommandant Höss ihn in Auschwitz verhaften lassen. Und zwar damals hieß es, Wehrkraftzersetzung und Heimtücke gesetzt. Sie waren in den großen Ferien da, 1942, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das war also eine längere Zeitspanne dann, waren das eine Woche oder zwei Wochen? Ich glaube, wir waren wohl zehn, zwölf Tage da. Das waren die Ferien meines Sohnes, ja. Und da waren wir, und da habe ich im Schulgebäude gewohnt. Haben Sie da mal erfahren, dass Ihr Mann oder Ihrem Mann oder Ihnen Fische gebracht wurden? Ein einziges Mal sind uns im Winter, das macht zu Weihnachten oder vor Weihnachten gewesen, dann haben wir mal Fische eingefrorene geschickt bekommen. Nein, ich meinte jetzt, ob Sie während Ihrer Anwesenheit in Auschwitz, als Sie zu Besuch bei Ihrem Mann waren, ob Sie da Fische gegessen haben? Niemals, niemals. Ich bin kein Fischfreund und mein Sohn ist auch kein Fischfreund. Hat beim dritten Besuch Ihr Mann erneut gesagt, er will weg und ich halte es nicht mehr aus, also im März, 1943? Immer wieder, Herr Dr. Müller, immer wieder, und dann haben wir Tag und Nacht überlegt. Und dann sind wir zu dem Resultat gekommen, ich sollte doch mit dem Kommandantenhörst telefonieren, er hätte die Nacht eine schwere Kollegin gehabt und könnte nicht zum Dienst kommen. Und das habe ich getan. Da habe ich da angerufen und da war der Kommandant Höss sehr kurz gegen mich, er mochte mich, glaube ich, sowieso nicht leiden und hat zu mir gesagt, wieso, Frau Mulker, Ihr Gatte war doch gestern noch vollkommen in Ordnung. Ich sage ja, solche Kollegen treten sehr plötzlich auf. Er war ja auch mehrere Male auch dort krank und ist von dort auch aus zur Erholung gekommen, zur Kur. Ja, wo ist es gewesen? Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber jedenfalls ist er, glaube ich, vier oder sechs Wochen zur Kur gewesen. Das war Anfang September irgendwie. Ja, Anfang September. Ich glaube, wo gab es es? Mitte Oktober, 1942. Sie sagten eben, Sie haben Tag und Nacht nun überlegt mit Ihrem Mann, was zu tun sei. Welche Gedanken wurden denn da erwogen, Frau Mulker, wie man da wegkommen könnte? Ganz egal, nur weg und ich bin ja krank genug, Mami, mir müsste es doch eigentlich gelingen. Und dann habe ich, wie gesagt, auch diesen telefonischen Anruf gemacht und ein paar Tage später, er war auch wohl wirklich krank, er war mir die Nerven runter. Und dann hat er ja wohl sich da auch sehr hässlich. Und das ist an sich noch nicht die Antwort auf die Frage, die ich stellte. Sie sagen, Sie haben Tag und Nacht nach Wegen gesucht, um dort wegzukommen. Ein Einmal, Sie sich krank melden für zwei Tage, ist ja keine Dauerlösung. Welche Dauerlösung schwebt Ihnen denn dann? Oder planten Sie oder sind Sie nicht zu einem Ergebnis gekommen? Nun, in der damaligen Zeit, ich konnte mit niemandem drüber sprechen. Nein, ich meine jetzt auch das Zwiegespräch zwischen Ihnen und Ihrem Mann. Immer wieder, nur weg, Mami, aber wie. Unter welchem Wege? Des Krankmeldens. Wegen des Magens, ja? Wegen des Magens, und der war ja auch wirklich sehr, sehr krank. Sie sind ja einmal von Auschwitz nach Berlin zurückgefahren im Zug und haben da einen bestimmten Eindruck gehabt, nämlich den, dass Sie Ihrer Meinung nach bespitzelt worden seien. Können Sie das dem Gericht mal erzählen? Da bin ich verfolgt worden von zwei Geheimagentinnen. Ich habe den Zug bestiegen und mir haben sich zwei Damen gegenüber gesetzt und haben zu mir gesagt, sagen Sie mal, wo kommen Sie denn her? Man ist es gar nicht mehr gewohnt, hier eine Dame anzutreffen, irgendwie in dieser Gegend. Und da habe ich gesagt, ich habe einen Besuch gemacht bei meinem Mann in Auschwitz. Wieso denn in Auschwitz? Haben Sie da, hat Ihr Mann denn da nie erzählt, dass da Juden umgebracht werden? Ich sage, um Gottes Willen, nein, davon weiß ich nichts. Haben Sie nie irgendwie durch die Bretter gesehen? Haben Sie nie gesehen, dass da die Menschen nackend mit einem Handtuch und einem Stück Seife umhergelaufen sind? Und dass sie dann irgendwie vergast werden sollten? Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, was erzählen Sie mir da? Schweigen ist das Gebot der Stunde. Das ist wörtlich so, wie ich es Ihnen hier sage. Und daraufhin haben die mich immer wieder gebeten und angefläht, bis Berlin bald hin, ich möchte doch zu Ihnen kommen. Sie hätten da ein großes Haus und Sie können es mir auch gemütlich gestalten. Und man möchte mich, ich sollte doch mitkommen. Und da war ich immer, ich war eine gute Mutter zu meinen Kindern und ich hatte auch telegrafiert, dass ich mit dem und dem Zug komme. Da bin ich dann bis Berlin mit denen zusammengefahren. Die haben mir immer gegenüber gesessen und immer wieder gefragt. Aber ich bin dabei geblieben. Nein, mein Mann hat mir nichts erzählt. Und dann in Berlin haben sie mich noch wieder an den Zug gebracht, mit dem ich nach Hamburg fahren sollte. Es war die Nacht durch. Und in dieser Nacht, in diesem Zug durch, habe ich noch an meinen Mann einen Brief geschrieben. Aber ich wusste, hier war Vorsicht am Platze und den Brief hat er auch gar nicht verstanden. Er sollte nur eben durch meine Zeilen lesen können. Aber das hat er nicht. Er hat gedacht, ist deine Frau eigentlich verrückt geworden? Was ist mit ihr los? Den Brief hat er nie verstanden. Da wollte ich ihm nur sagen, was mir widerfahren war, während dieser Fahrt zwischen Katowice und Berlin. Und dann bin ich im Haus angekommen. Auch da habe ich nichts erzählt. Erst später natürlich, als alles vorbei war. Und ich habe auch von meinem Mann später erfahren, dass das Geheimagenten waren. Damals habe ich es nicht gewusst. Denn ich wusste ja auch nicht viel von Geheimagenten und dass es Spitzel geben würde. Ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Keine Fragen mehr sonst? Ja. Keine Fragen mehr von Seiten der Verteidigung, von Seiten der Angeklagten. Herr Staatsanwalt, wollten Sie noch etwas fragen? Frau Mulker, können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie in den Sommerferien 1942 in Auschwitz waren? Herr Staatsanwalt-Küchler, das muss gewesen sein in den großen Ferien. Aber wann? Ja. Im Juli? Im Juli vielleicht. Mitte Juli. Denn Anfang August waren die Ferien ja zu Ende. Aber Sie meinen, im Juli war es gewesen? Im Juli muss es gewesen sein. Das war es etwa gewesen. Ja. Nun sagten Sie, Sie hätten dann später nach Ihrem dritten Besuch eine Karte aus dem Gefängnis bekommen von Ihrem Mann. Ja, das muss Anfang März oder Mitte März gewesen sein. Anfang März oder Mitte März 1943. 1943. Können Sie sich noch erinnern, welches Gefängnis das gewesen sein soll? Herr Staatsanwalt-Küchler, es war in Berlin. Aber ich weiß es leider nicht. Ja. Ich habe auch nie darüber gesprochen und es mir nicht erfragt. Ich wollte eben nur das sagen, was ich wirklich weiß und was sich zugetragen hat. Wann haben Sie denn von Ihrem Mann jemals erzählt bekommen, er sei in einem Gefängnis gewesen da? Das hat er mir auf der offenen Karte geschrieben. Was können Sie ungefähr den Inhalt wiedergeben? Na, hätte ich die Karte doch noch. Sie haben die Karte. Ich habe mich wohl so geschämt, auch allen Menschen gegenüber. Denn damals, in der Zeit, war es ja nun nicht schön, als Wehrkraft zur Setzung ins Gefängnis zu kommen. Sicher. Was stand denn ungefähr auf dieser Karte drauf? Wenn Sie sich... Mami, Mann hat mich hier verhaftet und ich bin ins Gefängnis gekommen, so ungefähr. Und da und da, wo kann es Zehlendorf gewesen sein? Ich weiß nur, er war nicht lange im Gefängnis, er war nicht haftfähig und man hat ihn dann in dieses SS-Lazarett gebracht. Diesen Unterschied wissen Sie, also das Gefängnis und SS-Lazarett, es ist nicht möglich, dass Sie das möglicherweise verwechseln, dass er nur im Lazarett war in Zehlendorf? Nein, er ist auch vorher im Gefängnis gewesen. Aber in welchem, wissen Sie nicht. Sie haben ihn auch nicht dort besuchen können. Nein, ich habe ihn nicht besucht. Ich habe ihn aber nachher im SS-Lazarett besucht. Haben Sie ihn besucht? Ja. Und wie lange kann es ungefähr gewesen sein, Ihrer Meinung nach, dass er im Gefängnis war? Ja, also als die großen Angriffe kamen nachher, 43 im Juli, da war er ja wieder in Hamburg. Und da war er ja beim Oberabschnitt, Mittelweg, glaube ich. Sie sagten doch, Sie haben ihn besucht in Zehlendorf. Ja. Das muss doch schon vorher lange gewesen sein. Das ist vorher gewesen. Er war nicht lange haftfähig. Aber ich kann Ihnen leider nicht ehrlich beantworten, genau wie lange Zeit er war. Nun habe ich noch folgende Frage. Sagen Sie, war Ihr Mann Ihnen gegenüber, Ihr Mann hat Ihnen gegenüber also nichts gesagt, was sich im Einzelnen da in Auschwitz abgespielt hat. Nur allgemein, da werden Menschen getötet. Mami, es ist furchtbar, da werden Menschen getötet. Ja. War er denn ein sehr verschlossener Charakter oder ist er ein sehr verschlossener Charakter? Gott, wenn es sich um Sachen handelt, die er mit mir zu besprechen, hätte ich ganz gewiss nicht. Dann hat er wohl sein Herz auf der Zunge. Ja. Aber sonst, muss ich sagen, ist er recht zurückhaltend. Sehen Sie, ich möchte Sie fragen, ob Sie dazu vielleicht etwas erklären können. Es soll so gewesen sein, dass Ihr Ehemann in Auschwitz einer ihm wildfremden Frau ziemlich eingehende Einzelheiten über das erzählt haben soll, was sich da in Auschwitz abgespielt hat. Können Sie dazu, halten Sie das für möglich? Dass er einer Frau da nun im Einzelnen sagt, die Leute werden vergaßt, 250 im Durchschnitt am Tag und dergleichen. Ich wüsste nicht, hat die Frau im Lager selbst gelebt? Nein, die war nicht im Lager, sondern die hat dort gearbeitet als Dentistin. Das könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt fragen Sie mich eine Sache, von der ich ja weiß. Ja, von der ich ja sehe. Und das kann ich Ihnen wirklich nur, ich habe nie, niemals diese Frau, Heiner Utesch oder sowas, nie, nie gesehen. Ich hatte sogar einmal Lust, ihr zu schreiben und wollte ihr danken für das, dass sie den Mut hatte, an das Hamburger Gericht zu schreiben. Hier handelt es sich um einen Robert Mulker. Ja, das Frau Mulker, das wissen wir ja alles. Ja, und da habe ich auch nie geschrieben und nie mit der... Also Ihnen gegenüber hat Ihr Ehemann nie, ist ja nie auf Einzelheiten zu sprechen gekommen. Er hat nur so allgemein gesagt, da werden Menschen umgebracht. Noch eine Frage. Frau Zeugin, war es beim ersten oder beim zweiten Besuch, dass diese angeblichen Geheimagenten im Zug mit Ihnen fuhren? Das war der letzte Besuch. Ende Februar oder Anfang März. Das genaue Datum weiß ich nicht. Wie lange waren Sie jeweils in Auschwitz gewesen? Beim ersten Mal, beim zweiten und beim dritten Mal? Das sind ein paar Tage gewesen, vielleicht sechs, sieben Tage. Ich glaube, in den Sommerferien mit meinem Sohn zusammen waren es vielleicht zehn, zwölf Tage. Ihr Sohn war auch mit. Bitte? Ihr Sohn war auch mit. Da war mein Sohn mit. In den Sommerferien, ja. Ist Ihnen denn selbst bei diesen Besuchen in Auschwitz gar nichts aufgefallen? Gar nichts. Bestimmt nicht. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Gar nichts. Und auch nichts gerochen? Auch nichts gerochen. Wirklich nicht. Damals nicht. Das letzte Mal war eben, wie gesagt, mein Besuch Anfang des Jahres, Ende Februar 43 oder Anfang März 43. Ich glaube, es war schon Ende Februar. Hat Ihr Mann eine eigene kleine Wohnung dort gehabt oder nur ein Zimmer im Haus der Waffen-SS bewohnt? Oh Gott, eine Wohnung hat er nie gehabt. Ich glaube, zwei Zimmer irgendwo. Aber ganz zum Schluss haben wir ja, habe ich mit meinem Mann und da habe ich schon so viel drüber nachgedacht. Ich glaube, im Hause der Waffen-SS gewohnt. Da haben wir ein sehr gutes Zimmer bewohnt. Waren da nicht als Bedienerinnen weibliche KZ-Häftlinge tätig? Ich bin da überfragt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Haben Sie sich mit niemandem dort unterhalten aus dem Kreis der dingenden KZ-Häftlinge? Nein. Ich habe nur hinten auf dem Schulhof jüdische Häftlinge arbeiten sehen. Barfuß und mit kurz geschorenen Haaren. Und da habe ich am Fenster gestanden und geweint. Und haben Sie darüber nicht mit Ihrem Mann gesprochen, dass das eine Grausamkeit und Brutalität ist? Doch, da sagte Mami, das weiß ich, es ist furchtbar. Und ich darf noch nicht mal die Frauen grüßen. Und ich habe sie im Stehen gegrüßt. Ich habe vom Fenster aus sogar genickt. Na, haben Sie denn gar nicht mit Ihrem Mann darüber gesprochen, dass er doch die rechte Hand des Kommandanten ist, Adjutant? Ob er gar nichts tun kann und nichts tun will? Ob er es versucht hat schon einmal? Oh, ich glaube, dazu hatte er wohl nicht die Macht. Denn der Kommandant, der war sehr eng verschlossen, sehr unnahbar. Und ich muss wirklich sagen, dass ich manchmal den Mut aufgebracht habe, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Da habe ich sogar gesagt, Herr Höss, ich finde, Sie sollten nicht mal alles durch die rosa Brille sehen. Der Krieg ist ohnehin wahrscheinlich verloren. Und ich habe auch nicht mal Heil Hitler gesagt. Und das war ihm wahrscheinlich auch sehr merkwürdig. Und daraufhin bin ich wahrscheinlich von diesen Geheimagenten auch verfolgt worden. Ich habe immer nur Guten Tag gesagt oder Auf Wiedersehen. Und über die Verhältnisse im KZ haben Sie nicht mit Höss gesprochen? Nein, das habe ich nicht. Ich habe es ja nicht dürfen. Mein Mann hat mir gleich zu Anfang gesagt... Und Sie können auch nicht sagen, dass Sie glauben, dass der Krieg schon fast verloren sei. Hätte ich vielleicht nicht sagen dürfen. Daher hat er mich vielleicht auch verfolgen lassen. Das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen dürfen. Ich weiß selbst nicht, wieso ich den Mut aufgebracht habe. Und ich bin sonst gar nicht so couragiert. Aber mich ekelte das alles so an. Und ich habe immer gedacht, nur fort von hier. Und dein Mann fort. Ich habe keine weiteren Fragen. Hatten Sie nicht einmal ein Mädchen aus Auschwitz? Ein Hausmädchen? Ja. Wie sind Sie denn daran gekommen? Oh, dafür hat mein Mann damals gesorgt. Wir hatten ein kleines Mädchen. Und die hat es aber sehr gut bei mir gemacht. War das eine Deutsche oder war das eine Polen? Nein, das war wohl eine, ich glaube eine Österreicherin. Ja. Und wie lange blieb die denn bei Ihnen? Vielleicht ein halbes Jahr. Und dann? Und dann ging sie fort. Ja, war denn das so ohne weiteres möglich? Ja. Auch das weiß ich nicht mehr. War das früher ein Häftling im KZ gewesen? Hat sie mir nie was von erzählt. Und, ja, und wissen Sie, ob das Mädchen nicht verlobt war? Nein. Auch davon hat sie mir nichts erzählt. Nein? Nein. Ja. Wollten Sie, Herr Riesemald-Rabe, noch eine Frage stellen? Ja. Bitte schön. Frau Zeugin, das war doch eine große Überraschung für Sie, wie Sie plötzlich von Ihrem Mann eine Karte aus dem Gefängnis bekamen. Was war denn da Ihr erster Gedanke? Oh Gott, wie schrecklich. Zersetzung wegen Wehrmacht, das wusste ich da aber noch nicht. Das habe ich erst später erfahren, als ich ihn im Lazarett besuchte. Ja. Aber auf der anderen Seite war ich doch froh, dass er raus war. Ja. Hat aber immer die Angst, er würde wieder hinkommen. Aber er hat zu mir auch immer gesagt, hoffentlich brauche ich dann nie, nie wieder zurück. So ungefähr. Dann würde ich mir selber das Leben nehmen. Ja. Frau Zeugin, haben Sie dann nicht, nachdem Sie die Karte bekommen hatten, sofort die Absicht gefasst, jetzt muss ich sofort zu meinem Mann hin und ihm helfen oder ihn besuchen im Gefängnis? Das war vielleicht gar nicht erlaubt, denn ich bin nie da gewesen, also habe ich es wohl nicht gedurft. Ja, haben Sie einen Versuch gemacht? Nein. Ich kann Ihnen auch heute nicht mehr sagen, warum nicht. Wahrscheinlich war das unmöglich. Vielleicht hat es schon auf der Karte gestanden, besuchen kannst du mich nicht. Ich wollte, ich hätte die Karte noch. Aber ich kann Ihnen wirklich keine ehrliche Antwort darauf geben. Ja, aber jedenfalls einen Versuch haben Sie nicht gemacht. Nein. Aber als ich dann erfuhr, er war nicht haftfähig und ist nach Berlin weitergekommen, also ich war es Tempelhof oder so, ins SS-Lazarett gekommen. Da habe ich ihn dann gleich besucht. Ja, Herr Herr, danke schön. Wenn keine Fragen mehr sind. Eine eindliche Frage, Frau Mulker, haben Sie Ihren Mann mal gefragt, was er denn eigentlich tagsüber macht im Dienst? Er war da in der Schreibstube, wie ich so viel ich wusste. Ja, er war doch schließlich Offizier. Da sitzt er doch nicht in der Schreibstube wie ein Schreiber. Ja, anfangs ist er dahin kommandiert worden durch einen General Glücks, das weiß ich heute noch. Ja, das ist ja alles möglich. Der Herr Rechtsanwalt Müller fragt Sie doch, ob er Ihnen was erzählt hat, was er eigentlich für eine Tätigkeit dort ausgeübt hat. Wussten Sie denn, dass er adjutant war? Ja, darunter habe ich mir weiter nichts vorgestellt. Ja, und wussten Sie, dass er noch weitere Tätigkeiten hatte? Er war in der Schreibstube. Ja, in der Schreibstube. Doch nicht als Schreiber, sondern Sie meinen im Büro wahrscheinlich, Frau Zeugin. Und hat er Ihnen erzählt, welche Aufgaben er etwa noch neben seiner eigentlichen Tätigkeit hat? Oder hat er darüber auch nicht gesprochen? Das ist von der Truppenbetreuung, soviel ich weiß. Wenn keine Fragen mehr sind. Welche Anträge werden zur Beeiligung gestellt? Frau Zeugin, gemäß § 61, Ziffer 2 der Strafprozessordnung als Angehörige unbeeidigt zu lassen. Ich schließe mich an. Von Seiten des Rechtsanwaltes. Es ist ja nicht üblich, dass Angehörige unbeeidigt bleiben. Ich stelle kein Besonderantrag. Ja. Wir werden darüber gleich beschließen. Von Seiten des Rechtsanwaltes. Untertitelung des ZDF, 2020